Was zur Hölle? Wie ist sie jetzt auf einmal hier hingekommen? Was ist mit ihr passiert? Was ist das? I'm breathing organic vapors. Dr. Colden, here you are at last. This patient was again brought up to the psychiatric wing. We've been following the treatment you prescribed, but the discusion persists and he's lost a great deal of weight. We haven't been able to move him. The stress makes him hyperallergic. Sir, I am going to examine you. Do you understand? Inject him with a dose of pentobarbital, intramuscular, so that I can conduct the clinical examination. He bit his lips so much, they're still bleeding. White froth. Evidently because of such drooling. Wait, what? Ah, da. His bines left bloody wounds. So, doctor, what should we do with this patient? You did good work. The tranquilizer has kicked in. Now you can disinfect and bandage his wounds. Thank you, doctor. And as to his weight loss? I'll prescribe an antifungal treatment for his dysguja. In the meantime, feed him intravenously. It'll be done. What's here with the people? What's there? It's a quiet little town. Days go by, steady as ever. I wanted more for myself, but... Ciao. I don't know. You're not here for treatment, right? Am I so obvious? Only to me. I know you worry about me. I trust you. I'm happy to see you. Me too, Ethan. Is that all? Well, there might be something else. I'm not sure. Tell me. I have nightmares. They keep me awake. Every night. It seems stupid, I know, but... They're terrible. Actually, you're not the only one. No. No one has ever seen the things I see. It's like I'm turning mad. So many people have this affliction. It's like an epidemic. Do you think it might be related to Fuller's work? I don't know yet, but I will figure all this out. Everyone in Darkwater is suffering from nightmares. Really? We don't have any medication left. Oh. There's no excuse then. I should let you work. Take care, Ethan. You too, Marie. Dr. Colden, we need you at once in Dormitory B. What is the problem? Mr. Evans seems to be having trouble with his IV. I've done an exam. Deborah is looking after him. And the family of Mrs. Harding is asking to see her medical file. I'll never understand why it's so hard to see patients' files around here. Rules are rules. See, with Dr. Fuller, he's in charge. Anyhow, they're still waiting, and I don't think they'll leave until they get what they want. Understood. Anything else? As a matter of fact, yes. A man has been brought up from the basement. I saw him, yes. It's always the same thing. They bring them up, without any explanation, with a multitude of self-inflicted injuries. We take care of the wounds, and then they leave. Each time I feel like I'm sending them back to hell. Their Affliction is not our responsibility. You cannot save everybody, Doctor. This man, Edward Pierce, his file is incomplete. What did Fuller do to him? The act is unvollständig, and the behandlungs details are not marked. The usual practice was not followed. Yeah, also we. The key to the boiler room is missing. Dr. Fuller always keeps his key with him. Das ist aber kacke. Sorry, but nobody can take anything until I finish the inventory. Meinetwegen. Where did my fiance go? I hope those nutcases will stop burdening her with work. Einfach weggehen. Such a good word. The operating room is never accessible after an operation. Okay, we might schon, was man jetzt alles machen kann. Wait a minute. Where do you think you're going? Dr. Colden. Mrs. Donovan. Nobody goes into Dr. Fuller's office. But rest assured, I'll tell him you came by. That won't be necessary. Thank you. I will tell him nonetheless. Na, sehr nett. Wie ein Wörterbuch behandelt dieses Werk in alphabetischer Reihenfolge alle bekannten und praktizierten medizinischen Wissenschaften für jeden der Einträge sind die Hauptwerke und die zuständigen Behandlungen aufgeführt. I will tell them that they are. Everybody says that she's a witch, an old hag. I didn't make this up. And I'm the one who pays. What a pest. Elizabeth? You all right? Why is this room in such a state? Denn, wie immer, ich habe es selbst verletzt, und das Wasser war wieder zuerst verletzt, heute Morgen. Ich musste Mrs. Donovan wiederholen, um sie eine neue Beobachtung zu belitteln. Du wirklich brauchst Mrs. Donovan, um eine valve zu öffnen? Warum nicht die Janitor fragen? Ich kann diese Entscheidungen nicht ohne ihre Anrufe. Imagine wenn es ein Leck wäre. Anyhow, die Boiler-Rumme ist halb der Zeit lockt, also jedes Mal das Wasser ausgelöst wird, muss ich gehen und ihre Beobachtung beobachten, bis sie das Problem beobachtet hat. Ich sehe. Kürzlich, Elisabeth. Danke, Doktor. Okay, ja, wir sollen das Wasser abstellen, damit sie wieder zur... Dings kann. Um sie abzulenken, okay. Was wird das denn noch alles in... Ich würde mich gerne noch ein bisschen umschauen. Hier bin ich schon gewesen, aber hier bei Pharmacy noch nicht. Die Däuser, die von Fuller beobachten sind, sind viel zu hoch. Diese pseudowissenschaftliche Abhandlung von Cesare Lombroso setzt die Morphologie eines Menschen in Kontext zu dessen krimineller Veranlagung. Die Ernsthaftigkeit der Studie und die Genauigkeit der Demonstrationen können einen uninformierten Leser täuschen. Hm. Woher bekomme ich den Schlüssel, ist jetzt die Frage? Okay, gehen wir erstmal zum Schlaf. Und dann reden wir mit Betty. Ich weiß noch nicht mehr, wer Betty ist. Ist es das hier? Ah, Schlüssel zum Heizungsraum. Ich will mich aber schon gerne um die Kranken kümmern. Ich mag es nicht, die im Stich zu lassen jetzt hier, die... Wo ist denn der Schlafraum? Das hier oder nicht? Chronic Insomnia. Like half the island. Half-Room Administration. Na gut, dann gehen wir mal... In den Boiler-Room. In den Boiler-Room. Werkzeug. Da. Da. Hier. Ach, Mann. Schraubenschlüssel. Okay, gut. Ich sollte nicht rennen. Das sieht bestimmt seltsam aus, wenn der... Wenn der Ärztin in den Heizungstraum rennt. Ich fühle mich an, Elisabeth. Aber ich brauche die Diversion. Ich fühle mich an, Elisabeth. Ich fühle mich an. Das ist es nicht. Das sind die Zettel. Das war der Schlüssel. Was ist jetzt neuer Hinweis? Okay, keine Ahnung. Oh, durch die Tür bin ich noch nicht gegangen. Oh, das ist nicht möglich. Warte, 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 warte. Gibt es da noch was anderes zu entdecken? Natürlich. Das ist, wo Fuller für Francis Sanders die Diagnose gefunden hat. Diese Walze war im Büro von Fuller versteckt. Er hat seine Gedanken zu einer der vielen Psychoanalysen aufgezeichnet, die er an Sarah Hawkins vornamen. Das muss ich jetzt hier direkt abspielen, na super. Conclusions? Session Nummer 17. Patient? Sarah Hawkins. Was? 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 Was ist das mit dem Schuh da auf sich? Da sind dann einzuhören? Was? Das Finger belong to a woman. Why keep it here? Hawkins, Fitzroy, and Fuller. What is the connection between these three? The presence of mind to set the morgue in the basement. When all the fuss about the Hawkins incident finally comes to an end, I will dispose of her belongings. In the meantime, they must remain hidden in plain sight. Of course. Sarah Hawkins is the connection. I must go back to the basement. I have to go back to the basement. I have to go back to the basement. Why? So a shit, ey. Oh, how I hate this. Let me go back to the basement. That I'm going to sit here. That means that I'm going to sit here. Fuck, ey. All right. Was ist denn das für eine Blutspur hier? Komm ich durch die Tür hier? Oh nein Nicht gut Sie ist da unten eingesperrt Wenn du mich verletzt hast At least habe ich die decenzierde zu mir in die Augen Musik